Puh, wie fange ich das am besten an? Hi Leute, ich habe mich lange nicht mehr bei euch gemeldet. Ich war lang von der Bildfläche weg, aber auch nur, um es in 2018 mit dieser Ansage richtig krachen zu lassen. Wie lange waren die jetzt out of touch? 2, 3, 4, 5, 6 Monate? Ich weiß es nicht mehr, aber es ist lang, sehr sehr lang gewesen. Und naja, kurz und knapp, ich melde mich zurück, ich möchte wieder regelmäßig Videos machen, aber ich möchte was ändern. Ich habe irgendwie gemerkt, auf meinem Kanal gibt es zu viele negative Vibes. Und ich habe irgendwie so eine gewisse Negativität einfach verstrahlt. Das tat mir nicht gut, ich glaube, das hat auch euch nicht gut. Und naja, man fragt sich, was möchte ich eigentlich dieser Welt hinterlassen, was möchte ich vermitteln? Deswegen möchte ich diesen Kanal eben sehr stark umstrukturieren und einfach Positivität in den Mittelpunkt stellen. Und das Erste, was ich quasi euch mitgeben möchte, ist, weil ich möchte eben ganz viel aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung mitgeben, ist das heutige Thema, möchte ich gleich mal gleich mit einleiten und zwar Erfolg. Weil wir alle wollen was erreichen im Leben und die Frage ist, wie kommen wir da hin? Und das möchte ich euch einfach mitgeben in diesem kurzen Video. Denn Erfolg ist eine Entscheidung. Success is a decision. Es ist kein Zufall, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Du musst richtig mental aufgestellt sein. Und da kommen wir zum Stichpunkt Mindset. Du musst das richtige Mindset haben, wenn du an deine Ziele kommen willst. Du musst anfangen, dich selbst zu lieben. Anfangen, einen richtigen Weg im Leben einzuschlagen. Und das geht eben nur mit dem richtigen Mindset. Wenn du das richtige Mindset hast, dann kann dich niemand aufhalten. Und genau deswegen möchte ich, dass du mir an der Stelle zuhörst und ganz klar verinnerlichst, dass du ein dämlicher Schwuchtel bist, wenn du mir nur eine Sekunde geglaubt hast. Verstehst du das? Lutsch meinen dicken, fetten Mindset-Kock und hör mir jetzt mal zu. 2018, ja, ich bin wieder da. 2018 wird Ficky Ficky und zwar Ficky Ficky reloaded. Und ich orientiere mich dabei sehr stark an Silvester 2015. Das ist ein guter Maßstab aus meiner Sicht. Vielleicht schaffe ich es auch den einen oder anderen YouTuber in den Suizid zu treiben. Das kann man so im Vorhinein schwer, schwer festlegen. Wäre aber doch etwas, was ich mir gut vorstellen könnte. Und ansonsten ist das Motto Bang Bang. Also, wir sehen uns. Viel Spaß.